Bro, bitch, I bet I could, bitch, I bet I would On the low, what's up, what you ho, bitch, you smoke and dro, bitch, you know, what's like 4v4, when I... Ja, moin, Leute, da sind wir für heute und ja, es ist wieder, wir waren ja früher frühstücken und ihr seht, warte, ich zeig mal kurz mein Fenster raus, der Gamer ist auch da, aber, aber, ähm, er geht gleich weg. Nein, es ladet ja noch, guck mal, nein, was, ja, ist doch lust, er ladet sich gerade ein Spiel noch runter, hier ist ja der Stecker, das Teil vom Stecker, naja, wir spielen hier gerade ein bisschen Minecraft mit dem Monzo-Texture-Pack, das ist so ein PvP-Pack, hier ist der Ventilator, äh, wir spielen gerade so ein Server von einem Nachbarn, also der hat auch so ein Server, aber die IP gebe ich keinen, weil das ein Privatserver ist, und so, müsst ihr halt verstehen, wo wir einfach so privat, äh, Singleplayer spielen, zum Beispiel, ja, Lumpale ist der Kanal, Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal raufklicken, das ist mein Nachbar, der hat auch schon um die 70 Abos, ist auch schon sehr geil, er hat, äh, er hat, er macht auch 60 FPS-Videos seit neuestem, aber, ja, ich hoffe, es gefällt euch auch, ihr könnt euch auch mal diesen Kanal anschauen, es ist endlich, es ist sehr interessant, wie ich werde, ich will jetzt ein bisschen reden im Vlog auch mal, weil, was wir so machen, und zwar, ich könnte gerne auf den Lumpale-Kanal hier klicken, das ist von meinem Nachbarn, ich weiß, der Name ist, klingt ein bisschen komisch, aber, war ja nicht meine Idee, der Name ist, ich mach das hier mal, kann man das hier auch sagen, hier seht ihr unten hier die Parkgarage, die ganzen Autos, hier ist, äh, Wasser, so wie ich hab, ich hab auch Wasser hier noch, meine Schuhe hab ich ausgezogen, ja, boah, ich bin fast hingefallen, hier ist Wasser noch, und hier ist ein Telefon, keine Ahnung, Gamer, warte, ich hab ne Idee, wo das sein könnte, nein, da unten ist nix, ja, ich hab, mein Bruder hat mir für echt ein scheiß, äh, Bonbon da, also, so, so was Süßes, ich hab's weggeworfen, und jetzt wissen wir nicht, wo's ist, vielleicht ist das hier bei der Lampe reingefallen, nein, da kann's ja auch nicht reinfallen, vielleicht ist das irgendwo ins Bett reingefallen, irgendwo, vielleicht hier rein, glaub ich zwar nicht, aber, egal, ähm, ja, hier sieht man so ein bisschen was, aber egal, ähm, hier ist ein Stuhl mit Zeug drauf, und hast du kein Essen mitgenommen in die Höhle? Was, echt? Hab ich kein Essen mitgenommen? Ne, außer eine Rotoflösch. Ja, ich weiß, ich hab Diamant auch schon gefunden, ein paar, äh, an Lumpale, genau, äh, wir sind grad noch ein Minecraft-Spiel, äh, Doze, oh, also, er ist Dominik, ich sag das schon jetzt, äh, ja, Dominik, ja, das hat, er hat sich ein Vorstellungsvideo, hat da auch schon gemacht, Link ist auch in der Beschreibung, könntest du das Vorstellungsvideo auch mal anschauen, klickt einfach schon auf den Link in der Beschreibung und fertig, oder ich blende es irgendwo ein, hier oben, glaub ich, bei so einem Infozeichen, falls ich das hinkriege, ich glaub aber schon, krieg ich das hin, und ich schätze mich einfach in den Stuhl und drehe das auch ein bisschen, ja, wartet mal. Ja, moin, Leute, ähm, ja, ich geh jetzt gleich, ähm, ins Pool und, äh, dann bis später. Ja. Ja, Leute, ähm, ja, es ist 23 Uhr, Leute, das war's für heute, haut rein, bis morgen. Ja. Outro